Ja, mein Name ist Sascha Rabe und im Bereich der Geldanlage werde ich regelmäßig gefragt, wie ist denn das mit dem Thema Inflation? Ja, wir liegen im Moment unterhalb der von der Zentralbank gewünschten Inflation. Ist das ein Problem? Nein, erstmal ist das kein Problem. Wird die Inflation steigen? Wahrscheinlich wird sie steigen, weil wir haben viel Geld in den Märkten. Und häufig ist es so, dass wenn wir viel Geld in den Märkten haben, sogenanntes Helikoptergeld, dann steigt die Inflation. Was hat das für Auswirkungen auf die Wertpapiermärkte? Die werden für den Anleger noch interessanter, weil während Tagesgeld und Sparkonten immer ein bisschen weniger wert werden, sind Geldanlagen im Sachbereich, also Aktien, Edelmetalle, aber auch Immobilien, Inflationsgeschütz. Und wenn du darüber mehr wissen willst, dann ruf mich an, dann schreibe ich an. Vielen Dank. Vielen Dank.